Es ist für mich tatsächlich, glaube ich, mein Lieblings-Lilano-Song bis jetzt. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge. Feuer ums Du. Heute gönnen wir uns die neue Lilano-Single, die nennt sich Lucifer. Das Jahr lag dem Ende zu, deswegen meine Community-Frage an euch. Was war euer Lieblings-Lilano-Song 2020? Meine Antwort gibt es hier immer am Ende des Videos. Außerdem, wenn euch die Reaction gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich wirklich mega freuen und ist für euch kostenlos. Außerdem folgt mir gerne auf Instagram, dort könnt ihr mir nämlich alle eure Newcomer schicken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch Songs von euch oder euren Freunden schicken. Und ich würde sagen, lasst uns nicht lange reden. Lilano, Lucifer, let's get it! Also er muss immer die gleiche Person haben, die seine Videos macht. Weil seine Videos sehen immer irgendwie ähnlich aus. Sie haben so ähnliche Effekte und so. Und einfach der Visual Style ist irgendwie immer ziemlich ähnlich. Also ich glaube, der hat da den Go-To-Guy, um die Videos zu machen. Ich finde es nice, weil man merkt immer, wenn es ein Lilano-Video ist. Ich habe in der letzten Lilano-Reaction gesagt, dass ich es irgendwie so ein bisschen ermüdend finde, wenn man immer so sagt, so ja, früher haben sie gehatet, jetzt sehen sie mich hier, blablabla. So wenn es also so ein bisschen so auf, ja, so Pseudo-Real-Talk. Aber der Song ist ein bisschen anders und der Song ist jetzt ein bisschen, ist auch so ein bisschen Real-Talk, aber halt auch so ein bisschen Flex und so. Finde ich wieder ein bisschen besser die Richtung, muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, im Deutschrap, Lillano hat schon so seine Spalte gefunden. Und ich bin der Meinung, er ist auch mit an der Spitze eben seiner Spalte von eben diesem speziellen Art von Hip-Hop. So, ich sehe da an der Spitze mit ihm zusammen, sehe ich da noch Edo Sire, so, ähm, Sierra Kid, wenn man den jetzt noch so ins New Wave-Geschehen mit einfließen lassen würde, so. Aber es ist schwer, an, an, an die Spitze seiner Klasse zu kommen. Ich muss sagen, war nice, ja. Ja, also diese, diese Bridge, die in die Hook reingeführt hat. Geil einfach, man muss wirklich sagen, geil so. Ist so ein bisschen so, dir wird die Hook vorher erklärt, ruhig, und dann hast du nochmal Zeit auszurasten bei der Hook, so. So würde ich das ungefähr sehen, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Man muss auch sagen, er kann eigentlich ganz gut singen, so. Und auch im Gesang reiben sich die Sachen auch ziemlich gut. Deswegen, ähm, generell wäre eigentlich Lillano heutzutage noch hated, so. Der hat eigentlich auch, der ist einfach wirklich ein Hater, der hat das nicht, das hat nichts mit seiner Musik zu tun, so. Sondern es hat einfach was mit ihm als Person zu tun. Und, ähm, es hat meiner Meinung nach auch gar keinen Platz mehr heutzutage, so. Weil Lillano ist echt ein sehr, sehr stabiler Rapper, so. Wir springen zusammen, es fühlt sich gut an. Guck nur zu Moritz und nicht nach unten. Triple Six, nicht Triple S, kein Balenciaga. Okay. Er macht eigentlich sehr, 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 sehr vieles richtig hier, ja. Er hat jetzt auch nochmal einen Floorwechsel drin gehabt, ähm, mit geilen Ad-Libs zwischendurch, so. Das ist ein sehr, sehr stimmiger Song, muss ich sagen, ja. Der gefällt mir wirklich sehr gut von der ganzen Komposition, die so zusammengestellt ist. Der Beat ist geil, so. Der Beat ist so ein bisschen lowkey im Hintergrund. Manchmal knallt er mehr, manchmal weniger. Gab eine Bridge auf die Hook. Ähm, jetzt nochmal Floorwechsel. Geil einfach. Also wirklich geil. Ich bin, ich bin wirklich mal wieder positiv überrascht von Lillano. Cash, nicht im Respekt, weg ist die anderen. Was hat mir der Teufel gesagt? Was hat mir der Teufel gesagt? Ich will weg von hier. Esklar, super, hol mich ab. Ich rauch flut die Räsen. In dieser Bridge jetzt nochmal. Jetzt kommt nochmal so eine E-Gitarre mit rein. Geil einfach. Also schade, dass da nicht drin steht, wer den Beat gemacht hat. Weil der Beat, mhm. Und generell, das Soundbit, die Soundkomposition insgesamt, sehr, 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 sehr krass, muss ich sagen. Schmeckt ein bisschen wie Punika. Brauch mehr G's am Tag, als auf meinem Gucci-Shark. Ich wollt aufhören, doch ich darf nicht flüstern, Lucifer. Ich will weg von hier. Esklar, super, hol mich ab. Ich rauch Flutti-Hace. Schmeckt ein bisschen wie Punika. Brauch mehr G's am Tag, als auf meinem Gucci-Shark. Ich wollt aufhören, doch ich darf nicht flüstern, Lucifer. Ich bin ehrlich mit euch. All das, was ich kritisiert habe bis jetzt bei Lelano-Songs, das ist genau das, was er hier eigentlich abgeliefert hat. Ich finde, er macht hier alles richtig. Es ist für mich tatsächlich, glaube ich, mein Lieblings-Lelano-Song bis jetzt. Als ich die Community-Frage gestellt habe, habe ich eigentlich an einen anderen Song gedacht. Habe ich eigentlich an OCB gedacht. Weil der war wirklich nice. Aber ich glaube, den finde ich besser. Also deswegen, meine Antwort, glaube ich, ist Lucifer als Lieblings-Song von Lelano dieses Jahr. Krass. Ja, das war's für's Song. Ihr habt gesehen, ich habe ihn wirklich mies gefeiert. Ich bin mal wieder überrascht von Lelano. Sehr, sehr krasse Geschichte. Wie habt euch das Song gefallen? Wie habt euch die Virtuals gefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Außerdem folgt mir auf Instagram und abonniert den YouTube-Kanal. Ihr wisst, wie es läuft. Dann werde ich am Ende des Jahres nochmal ein bisschen Liebe geben. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bah! Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Doüss. Bis zum nächsten Mal.